Willkommen zurück bei Clash of Clans. In dieser Folge möchte ich ein bisschen die Fantasie spielen lassen und habe mir ein paar Gedanken gemacht, was man in Clash of Clans gerne anders haben möchte. Auch wenn ich natürlich weiß, dass einige Ideen davon sicherlich nicht kommen, aber man darf ja wohl auch mal träumen dürfen. Ich habe mir dazu fünf Punkte überlegt und fangen wir direkt mit dem ersten an. Ich fände es cool, wenn wir gemeinsam mit mehreren Dörfern aneinandergereiht zusammen in die Schlacht ziehen könnten. Bei dieser Idee habe ich sowas wie Braveheart im Kopf oder die chinesische Mauer oder sowas. Einfach ein Feel, ein Strang von Dörfern. Man greift gemeinsam an, kann sogar bei den Freunden spawnen und dann je nachdem, welche Taktik man fährt, dann vielleicht erst das linke mittlere oder das rechte Dorf angreifen und sich dann da durchfressen. Vielleicht auch ein paralleler Angriff, wo man auch auf die anderen Truppen trifft, halt so mittelaltersteilmäßig, wo die Armeen halt gegenüberstanden. Das wäre auf jeden Fall eine coole Idee, finde ich. So, kommen wir zum Zweiten. Ihr kennt das, ihr farmt und irgendeine Ressource gewinnt überhand. Die habt ihr in Unmengen. Wie wir das schon hatten, Rathausstufe 8, LX-Lager platzt. Da passt nichts mehr rein, braucht man nicht. Wieso darf man nicht 10% am Tag in der Woche gegen Gold tauschen oder andersrum, Gold zu LX? Das würde den Spielern auf jeden Fall unter die Arme greifen und man würde schneller vorankommen. Weil, sind wir mal ehrlich, man braucht doch trotzdem sehr, sehr lange, um die ganzen Gebäude auszubauen und deshalb könnte man sowas gerne einführen. Vielleicht 10%, 5%, wie auch immer, aber die Idee zählt und das fände ich gar nicht mal so schlecht. Dritte Idee, ein Avatar bei Dorf besuchen. Du fragst im Global an, ich lese das so oft, schauen wir mal kurz rein, ob hier gerade was ist. Auf jeden Fall kennt ihr das, dass die Leute fragen, wie ihr Dorf aussieht. Und wieso kann man nicht ein Avatar erstellen, also beziehungsweise grafisch darstellen, wenn einer mein Dorf besucht? Wenn ihr besucht werdet, das wäre doch eigentlich ganz cool. Der läuft dann hier zum Beispiel wie so ein Pekka durch dein Dorf. Und je nachdem, wo gerade die Kamera ist, dort läuft auch der Avatar rum. Dann weißt du, wer dich gerade besucht und was er sich anschaut. Das wäre doch auf jeden Fall mal interessant. Der Clan War läuft auch gerade. Mal schauen, was der Volldeb macht. Wir können mal live reingehen. Okay, was haben wir? Golem. Gleich kommen ein paar Drachen. Die Clanburg ist rausgekommen. Sprungzauber wurde gesetzt. Oh, das sieht nicht gut aus. Bei den Drachen frage ich mich jetzt spontan, was ist mit der Luftabwehr? Zwei sind noch da. Rage. Okay, den Rage hätte ich, wenn, dann glaube ich eher bei der Luftabwehr gesetzt. Weil jetzt machen die Drachen auf jeden Fall was gut, aber uns fehlt gleich die Puste für die Luftabwehr. Jetzt gibt es einen Drachenfight. Okay, der eine Drache ist tot. Oh, die Bomben kommen. Stufe drei Drachen. Ich glaube, das wird ein One Star. Das sieht man, glaube ich, schon. Ja, One Star ist drin, aber Two Star wird es nicht. Die Luftabwehr, die wird auf jeden Fall ein Problem damit haben, hier das Rathauspreis zu geben. Das wird nicht passieren. Das wird ein guter, mit Glück, ein halbwegs guter 75%. Kommt, das gucken wir uns vielleicht noch an. Nein, ich glaube, ich habe mich verschätzt. Wie viel wird es? Ja, wobei, jetzt wird der Bogieturm geplättet. Und hier haben wir nur Bodenabwehr. Ah, jetzt kommt aber die Luftabwehr. Ah, ne, okay. Dann wird das nicht. Und jetzt, die Clanburg, die hält richtig viel aus. Ja, da habe ich mich verschätzt. Schade. Das ist aber immerhin One Star. Ich habe auch schon mal den Clan angegriffen und da kam gar nichts bei rum. Das gibt es natürlich auch. Also soll man sich auch über einen One Star freuen. Gut. Jetzt geht es nach Hause. So, wir waren bei dem Avatar, bei den Dorfbesuchen. Das wäre zum Beispiel jetzt auch eine Sache, die kann man gut umsetzen. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine große Leistung wäre, das zu programmieren. Wobei, ich kenne mich nicht aus. Aber es scheint mir nicht so komplex zu sein. Dann viertens, dass man irgendwas in Clash of Clans einbaut, um handeln zu können. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe es selber nie gespielt, aber in Siedler kann man ja seine Ressourcen handeln. Zum Beispiel, ich tausche drei Gold zu einem Kurs von sechs Alex oder sowas. Und dann je nachdem Angebot und Nachfrage bestimmen natürlich dann den Markt. Das wäre auch noch eine Idee gewesen. Und dann kommen wir zum fünften. Private Nachrichten. Was mich wirklich an der Kommunikation in Clash of Clans stört, vielleicht ist es auch so gewollt, ich weiß es nicht. Du kannst keinem eine Nachricht zukommen lassen. Oder an sich hier im globalen Chat. Das ist doch echt doof. Alle schreiben in einen Chat und dann muss man immer am besten den Namen von jemandem nennen. Und dann die Frage oder was auch immer. Das finde ich schade, weil die Kommunikation in dem Spiel ein bisschen kurz kommt. Dadurch, dass es so spartanisch ist. Mahlzeit, André. Dann geht es nochmal zurück zum Clan. Ja, Volldepp fand seinen Angriff auch nicht so gut. Kann man nichts machen, Volldepp. Der nächste Angriff wird bestimmt besser. Weil man auch immer dazu lernt. Ich habe auch ganz mies angefangen. Da wird es auf jeden Fall. Genau das ist eine Idee, Schweinis, Schenner und ich. Wir greifen beide. Wir sind ja beide auf Rathausstufe 8 gewesen. Und wir haben in letzter Zeit regelmäßig zusammen dann die Schweine-Party veranstaltet. Weil ich glaube auf Rathausstufe 8 ist das auch so mitunter die beste, also die beste Angriffstaktik, um auch sich den anderen Rathaus 8 Dörfern zu stellen. Mit Schweinis kommt man da richtig gut weit. Also Volldepp macht dir keine Sorgen. Das wird schon mit der Zeit. 5 waren die privaten Nachrichten. Ich fasse nochmal zusammen. Wir hatten also die mehreren Dörfer greifen gleichzeitig an. Dann Gold zu Alex oder andersrum. Oder auch gern mit dem Dark Alex, wie auch immer. Dann der Avatar, der dir beim Dorfbesuch angezeigt wird. Dann der Handel von Ressourcen mit anderen Spielern. Und private Nachrichten. Wirklich, dass man, wenn du Lust hast mit jemandem zu chatten, dass das auch wirklich geht. Und dich ein bisschen mit dem zu unterhalten. Das fände ich schon ziemlich cool. Alles klar, das war es dann für diese Folge. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Ciao.